Im Kanton Zürich kommen über 90.000 Menschen nicht ohne fremde Hilfe aus. Die Gründe dafür reichen von Arbeitslosigkeit über Krankheit bis zum Tod eines Familienmitgliedes. Caritas Zürich hilft Armutsbetroffenen im Kanton Zürich direkt. Wir unterstützen insbesondere Familien, unabhängig von deren Nationalität oder Weltanschau. Unser Beratungsteam steht Menschen mit vorwiegend finanziellen Problemen im Rahmen der Sozial- und Schuldenberatung mit Rat und Tat zur Seite. Das grösste Armutsrisiko tragen in der Schweiz Alleinerziehende und Familien mit vielen Kindern. In unseren Secondhand-Läden verkaufen wir gepflegte Kleider für jeden Stil. Der Erlös fliesst in unsere sozialen Projekte. Caritas Zürich fördert die soziale Integration mit zahlreichen Programmen. Eines davon heisst URAT und bietet Migrantinnen Deutschkurse, Frauentreffs und Arbeitsmöglichkeiten an. Die Arbeit in der Flüchtstube gibt mir die Möglichkeit, meine Deutsch- und meine Nähkennisse zu brauchen. Und auch die Möglichkeit, die Leute in Kürze zu lernen. Caritas Zürich – Wir helfen Menschen. Untertitelung des ZDF, 2020